Der wilde Stoiker. Moderner Stolzismus für ein gutes Leben. Hallo und herzlich willkommen bei Der wilde Stoiker. Mein Name ist Guido Bellberg. Die heutige Ausgabe dreht sich um den Naturbegriff, weil der kommt ja des Öfteren hier in diesem Podcast vor. Und ich habe auch schon mehrmals, glaube ich, betont, dass das aus stoischer Sicht, dass der Begriff Natur natürlich was anderes ist als aus ökologischer Sicht heute. Oder ökologistischer oder wie man es auch immer nennen will, umweltschonender, aktivistischer Sicht. Das kann man schnell vertauschen, wenn man sich dessen nicht bewusst ist. Und der heutige Podcast ist sozusagen ein Stream of Consciousness, eine offen geführte Diskussion mit mir selbst. Weil ich bin überhaupt kein Fachmann für diese Fragen, aber ich wage mich da jetzt heute trotzdem mal dran. Und wir werden natürlich bei dieser Diskussion, wenn wir über Natur reden, auch so ein bisschen über Stoiche Physik reden müssen. Zwangsläufig. Im Kopf habe ich ein sehr klares Bild über diesen Unterschied, dieser verschiedenen Naturbegriffe. Ich hoffe, dass ich den auch ins Mikro bekomme, sozusagen. Fangen wir an. Lassen wir uns überraschen. Fangen wir einfach an. Schauen wir doch zunächst mal auf den Naturbegriff, so wie wir den ja als moderne westliche Menschen kennen, wie er uns immer auch aufgedrückt wird. Von, sagen wir mal, linksgrüner Seite ist Natur etwas, ich frage mich gerade während ich rede, wann das überhaupt angefangen hat. Das ist schwer zu sagen. Es ist etwas, was so eine Art Urzustand hat, der als perfekt gilt und der aber ständig bedroht ist und den man irgendwie bewahren muss. Also das ist der, in dieser ökologistischen Weltsicht, nenne ich es jetzt mal, ist der Mensch sozusagen der Bewahrer und Beschützer und gleichzeitig aber auch der Zerstörer dieser heiligen Natur, der Gaia, der Urmutter, wie auch immer. Und ihr merkt vielleicht schon, ja, das Ganze erinnert nicht zufällig an so eine christliche Heilslehre. Weswegen ja auch meine steile These, die überhaupt nicht belegbar ist, glaube ich. Also vielleicht haben wir einen Historiker, der das hört, der mich belehren kann oder bestätigen kann. Vom Gefühl her würde ich sagen, diese Zunahme dieses Naturbegriffs, also des Ökologischen, wenn man so will, fällt ja nicht ganz zufällig mit unserer Entwicklung vom Christentum hin zum Agnostikertum, Atheismus zusammen. Wenn ihr, ja, man merkt schon instinktiv schon, dass da eine gewisse Ähnlichkeit ist, würde ich jetzt mal behaupten. Da gibt es etwas, was perfekt ist, einen natürlich auch genannten Urzustand, den könnte man ja jetzt ersetzen durch das Wort Paradies. Und das Ganze ist bedroht, in dem Fall durch die Schlange und den Apfel und der Mensch, der sich dessen seiner Nacktheit gewahr wird und so weiter und so fort. Der Mensch, der seine Unschuld verliert und das wäre jetzt zum Beispiel Umweltverschmutzung, solche Dinge. Ja, überhaupt alles, was der Mensch tut, denke ich manchmal in ökologisch grüner Weltsicht, ist ja eigentlich nichts erlaubt, oder? Also alles wird ja mit Bauchschmerzen betrachtet. Das ist eben diesem komischen Naturbegriff da auch zu verdanken so ein bisschen. Und dann gibt es natürlich in der Kirche sowas wie, man kann da, man kann seine Sünden bekennen und man kann Buße tun. Das ist dann vielleicht heute der Besuch im Bioladen sozusagen, anstatt des Besuchs der Kirche. Also mal zugespitzt gesagt, ihr merkt aber, worauf es mir ankommt, wir haben irgendwas, das wird als gut erachtet, das ursprüngliche Gut sozusagen, Natur. Und die ist bedroht und wir selber sind halt auch irgendwie schuldig. Ich glaube, dieser Schuldbegriff ist ganz wichtig für diese ganze Öko-Bewegung. Es gibt immer irgendwie Schuld und ihr merkt, das ist sehr analog zur kirchlichen Heilslehre oder zur christlichen Heilslehre, so wie ich sie verstehe. Ich bin kein Christ, bin auch kein Fachmann für christliche Fragen, aber so kommt es mir doch immer vor. Und ich finde es total lustig natürlich auch. Ich finde es total witzig, wenn man das so sieht. Das ist nur eine Sichtweise auf diese ganze Öko-Bewegung. Ist mir klar, man kann es auch von anderen Seiten aufziehen. Das soll uns jetzt hier mal nicht stören. Heute geht es ja um diesen Naturbegriff versus dem Stoischen. Deswegen muss ich natürlich jetzt erstmal den ersten da definieren. Aber ihr merkt schon, worauf ich hinaus will. Das Ganze ist ein extrem statisches Bild. Das ist, glaube ich, das Wort, was ihr euch an der Stelle merken solltet. Statisch ist hier ein wichtiges Wort. Ich will da gar nicht so viel werten, aber ihr merkt schon, worauf ich hinaus will. Das gilt für Religionen, im Speziellen eben das Christentum, weil das kenne ich noch am besten von diesen großen Eingott-Religionen. Gilt das natürlich in seiner flachsten Form vielleicht, aber immerhin gilt es. Genauso wie eben für die Umweltbewegung. Es gibt also was, das ist da und dann kommt ein Fremdkörper, in dem Fall der Mensch halt dazu. Also das Paradies vor dem Menschen ist super und dann kommen wir halt da rein und dann gibt es halt Ärger. Ganz flach gesagt. Also das Ding ist bedroht, aber eigentlich ist es statisch. Es verändert sich eigentlich nichts, sondern das ist einfach da und ist gut. Und alles Bestreben dieser Öko-Bewegung ist ja auch nicht auf Fortschritt abgezielt, sondern natürlich auf das Bewahren dessen, was man eben als gut befindet. Und das ist natürlich auch ein total aussichtsloser Kampf, finde ich auch immer wieder so ein bisschen tragisch daran. Weil natürlich ändert sich alles ständig und natürlich entwickeln sich auch gerade Menschen fort. Aber nicht nur Menschen verändern die Umwelt, sondern auch Tiere. Also Biber bauen Dämme jetzt mal als ganz doofes Beispiel. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, ich habe ja Ethnologie studiert unter anderem, also Anthropologie im Englischen genannt. Anthropology. Was mich da total abgestoßen hat, das ist super interessant, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Also wenn ihr jetzt überlegt, das will ich eigentlich auch studieren, dann macht das. Da lernt man viel über sich selbst und auch eben über andere Völker und hast du nicht gesehen. Aber natürlich ist das eine genauso links ökologisch dominierte Wissenschaft leider in vielen Dingen. Sie ist noch relativ tolerant im Gegensatz zu anderen, aber sie ist schon ziemlich eingefärbt. Und auch da merkt ihr ziemlich schnell so eine Romantisierung, von der die Ethnologie sich aber eigentlich verabschieden wollte immer. Der edle Wilde, nenne ich das jetzt mal. Dieses verkitschte Bild kennt ihr alle. Romantischer französischer Maler geht in die Südsee und malt die oben ohne Mädchen. So was. Der Naturzustand, der Polynesier, den gilt es wieder anzustreben. Das pflanze ich ja fort bis in die heutige Zeit. Ich als Wassersportinteressierter, sagen wir mal, kenne das nur zu gut aus dieser ganzen Surferszene und Windsurferszene auch und Kitesurferszene auch mittlerweile. Dass man so irgendwie die Idee hat, da ist da was und wir sind da eigentlich fremd und jetzt müssen wir das irgendwie bewahren. Und wir haben als Menschen sowieso überhaupt kein Recht, irgendwas zu tun, so ungefähr. Ich glaube, ich habe das jetzt ganz gut skizziert. Ihr kennt es alle. Natürlich gibt es Abstufen. Natürlich habe ich zugespitzt. Natürlich war ich ein bisschen ungerecht jetzt. Wenn ihr jetzt also in der Grünen Partei seid und gerne diesen Podcast hört, hört den doch bitte weiter. Darum geht es überhaupt nicht. Natürlich, was ich euch nur klar machen wollte, ist, diese Kernelemente, die in diesem Glauben drinstecken, sind halt eher negativ. Das muss einem, glaube ich, irgendwie mal klar werden. Während die Anhänger dieser ökologischen Heilslehre das ja als positiv verkaufen, ist es ein zutiefst pessimistisches System, finde ich. Und da dem Christentum nicht ganz unnimmig. Das Christentum hat natürlich immerhin schlauerweise auch noch einen anderen Dualismus, nämlich Himmel und Hölle. Also es gibt ein Heilsversprechen, nur halt eben nicht in dieser Welt, aber in der nächsten, so den der christliche Gott will und einen reinlässt, hat man da eine Chance sozusagen doch noch irgendwie ins Paradies zu kommen. Also das Paradies ist da nicht für immer verloren, sondern erreichbar, wenn man gewisse Regeln einhält und so ein paar To-dos abarbeitet und sich da fügt sozusagen. Das heißt, wir haben in beiden Fällen Ökologismus und Christentum, wie ich sagen, haben wir statische, extrem statische Weltbilder. Aber immerhin hat das Christentum noch so eine echte Erlösung da in Aussicht. Naja, echt, in Anführungszeichen. Aber die Anhänger des Christentums glauben natürlich, dass eine Erlösung da irgendwie stattfinden kann. In dem modernen Gegenspieler sozusagen, dem Ökologismus, sehe ich das eigentlich so nicht. Das macht ihn auch nochmal pessimistischer, finde ich, denn es ist ja so ein endloser Kampf. Im Sinne oder stellvertretend für die Natur bekämpfen wir die, die die Natur da zerstören wollen. Und es gibt ja immer welche, die das wollen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Biber zum Beispiel auch bekämpfen, aber Menschen mit Sicherheit. Und man kann es aber eigentlich nicht gewinnen, weil man an viel zu vielen Fronten kämpfen müsste und alles ist immer bedroht. Und es ist ein zutiefst negatives Weltbild, merkt ihr schon. So wie ich es verstanden habe. Wenn ihr Ökos seid, dann belehrt mich, wenn ich das jetzt völlig falsch darstelle. Aber so kommt es mir immer rüber. Und wenn dann in Deutschland alles gerettet ist und wir alle in Höhlen und auf Bäumen wieder leben, dann ist das ja noch lange nicht vorbei, der Kampf. Dann müsste man ja eigentlich in der dritten Welt weitermachen und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Man wird halt nie arbeitslos. Dieser Kampf hört halt nie auf. Also, das ist so meine total subjektive Einschätzung. Hoffentlich halbwegs unterhaltsam, wie ich diesen Naturbegriff sehe, wie wir den als modernen Menschen jetzt so haben. Und jetzt kommt da der Stoizismus daher in seiner Renaissance, die wir gerade erleben. Ich bin ja auch einer der Wortführer da sozusagen im deutschsprachigen Raum mittlerweile. Nach nur einem Jahr schon genießt ich einen gewissen Ruf und muss mir das dann auch anhören. Und dann wird man so schnell vereinnahmt dann davon. Wenn man hört, ja, die Stoiker, die glauben, dass das alles Eins ist. Ein naturalistisches, deterministisches Universum. Und da muss ich mal sagen, halt. So einfach ist es nicht. Ich habe euch gesagt, welches Wort ihr euch merken sollt und habt ihr es euch gemerkt? Kurz in die Runde gefragt. Statisch war das Wort. Vielleicht tue ich dem Christentum und den Ökos Unrecht. Für mich sind das leicht pessimistisch, würde ich das Christentum nennen, bis stark pessimistisch würde ich die Öko-Bewegung nennen. Aber statische Weltbilder. Das heißt, der Wandel der Welt oder auch der Natur, wenn man so will, ist da eigentlich nicht vorgesehen. Sondern es gibt, natürlich werden euch die Hardcore-Ökos sagen, natürlich, die Natur ist ein System und das ändert sich ständig und ist so im Gleichgewicht. Das ist allein ja schon ein totaler Blödsinn natürlich. Dieser Gleichgewichtsgedanke ist ein gefährlicher Gedanke. Das ist aber nur, da sind sie nur eine Ebene höher gegangen oder tiefer gegangen, haben weiter reingezoomt sozusagen. Da gestatten sie dann durchaus mal so ein bisschen Bewegung. Im großen Ganzen ist das da nicht vorgesehen, sondern da gibt es was. Und die Dynamik besteht eigentlich nur darin, dass dasjenige sich auflöst. Und das versucht man so krampfhaft zu verhindern. Man will also die Welt retten sozusagen. Aber das ist die einzige Dynamik, die da stattfindet. Eigentlich eine Auflösungsdynamik, eine Bedrohungsdynamik sozusagen. Idealerweise würden diese Menschen das aber ja gar nicht wollen, sondern sie hätten gern diesen Urzustand dauerhaft hergestellt und damit auch einen Stillstand erreicht. Versteht ihr, was ich meine? Oder sind das jetzt nur meine wirren Gedanken? Mir kommt es extrem statisch vor. Es gibt was, einen Urzustand und den muss man immer anstreben. Das ist eigentlich das Perfekte und das ist das Gute. Ah, einmal tief Luft holen. Ganz anders, der Stolz ist. Stolzistische Naturbegriff. Wie kommt das? Naja, jetzt mal so stoiche Physik von einem Anfänger für euch Anfänger sozusagen in sehr verflachter Form. Aber ich hoffe trotzdem so ein bisschen erhellen. Wir haben im Stolzismus natürlich den Kosmos und das All sozusagen. Da wird unterschieden auch. Also der Kosmos als das, was ist, umgeben von dem, was nicht ist, der großen Leere, nämlich dem All. Das heißt, der Kosmos ist auch kleiner als das All. Aber jetzt kommt der Trick. Das All bietet dem Kosmos halt Raum. Wozu braucht der Kosmos denn Raum, würdet ihr euch jetzt vielleicht fragen. Das ist doch so ein Ding, das ist doch einfach da, oder nicht? Und jetzt kommt unser Begriff aus dem ersten Teil des Podcasts, der Statikbegriff dazu. Der stoiche Kosmos ist nämlich nicht statisch. Da unterscheidet sich die stoiche Philosophie, die man ja komisch finden darf an dieser Stelle. Also man darf absolut die stoiche Physik befremdlich anschauen. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Und wie gesagt, ich richte mich auch nicht nach Lehrbüchern, sondern ich versuche natürlich schon, einen modernen Stolzismus für mich zu entdecken und an euch weiterzugeben. Und da werden wir am Ende sehen, was da übrig bleibt, was wir übernehmen in unserem modernen Leben und was wir vielleicht wegwerfen oder für verbessert erklären oder wie auch immer. Aber wenn ich immer von der Einheit erzähle, ja, Kosmos, Zeus, Jupiter, die Götter, die Natur, das eine, das müsste man aufdröseln philosophisch, ist mir völlig klar, aber es reicht für die meisten Diskussionen, das erstmal so zu sehen, dann ist das eine aber etwas, das sich ändert. Das eine, als den Kosmos jetzt mal genommen, oder ganz konkret, dieser Kosmos, der dehnt sich halt auch aus. Und er kann sich auch wieder zusammenziehen. Und dafür braucht er Raum. Nur das, was existiert, kann etwas bewirken, kann etwas machen. Das heißt, der Kosmos ist sozusagen in Storchersicht echt sowas wie ein Lebewesen, wie ein großes. Und das wächst halt. Und dafür braucht es Raum. Und diesen Raum, den bekommt es in dem All, in dem Nichts, in der Leere. Also, das so als erstes Ding, wie das Eigelb im Eiweiß sozusagen, liegt der Kosmos in dieser Leere und kann sich da aber eben ausdehnen und auch wieder zusammenziehen. Und ihr merkt schon, wenn ich sage ausdehnen und zusammenziehen, da haben wir ja schon eine Dynamik drin. Das heißt, dieser Kosmos, die Natur, Gott, Zeus, macht eine Entwicklung durch sozusagen. Und da kommen wir in eine griechische Lehre, die es schon vor den Stürkern gab, mit dem Weltenbrand, also aus Feuer entstehend und im Feuer wieder vergehend sozusagen. Das haben die Stürker weitestgehend übernommen, die früher zumindest. Später war das, glaube ich, nicht mehr ganz so ein Thema in Rom, aber in Griechenland dann durchaus. Und ich finde das hochinteressant. Warum? Weil für mich als Amateur natürlich und bescheidenen Podcaster erinnert mich diese ganze stoiche Idee, die griechische, alte, antike, griechische, stoiche Kosmos-Auffassung erinnert mich doch verdammt an moderne Physik, oder? Also wir haben hier auch, auch wenn die Terminologie eine andere ist, wir haben hier einen Urknall sozusagen, da entsteht was und das dehnt sich aus. Und wir leben ja meines Wissens immer noch in einem expandierenden Universum. Also ich finde das irgendwie faszinierend, dass dann schon vor einigen Jährchen sozusagen im antiken Griechenland das schon so ein bisschen da mitschwingt, oder? Findet ihr nicht. Gerade auch das Feuer als das bestimmte stoiche Element, man könnte auch Pneuma in späterer Zeit hinzufügen, da werde ich nochmal drüber reden, warum das kein Widerspruch ist. Der Urknall quasi als das natürlich feurige Geburt unseres Kosmos und dann eventuell ja auch wieder das Vergehen dieses Kosmos, in dem wir leben, durch ein Zusammenziehen, ist ja eine Theorie durchaus in der Physik. Die ganze Masse konzentriert sich sozusagen wieder auf einen Punkt. Und das findet durchaus seine Entsprechung in der stoischen Physik, finde ich relativ faszinierend, muss ich sagen, weil noch niemand auf dem Mond war zu der Zeit. Wir sind nicht in den Weltraum geflogen, nichts. Trotzdem gibt es da schon eine relativ klare Vorstellung davon, was eigentlich der Kosmos ist, wie der im Universum sich da positioniert. Und was Lehre ist, auch eine gedankliche Leistung, wie ich finde. Wie gesagt, die Stoiker bauen da auch anderen Philosophien auch auf, natürlich ihren geliebten Sokrates, gerne zitierend. Aber es ist schon erstaunlich, wie modernen Stoizismus darüber kommt, jetzt im Vergleich eben zum Beispiel zum Christentum, das hat ja am Anfang, ich will jetzt auch kein Christen zu nahe treten, aber diese Idee von Himmel und Hölle scheint mir da, wie mit unseren heutigen Erkenntnissen, immer schwieriger zu vereinen. Diese stoische Physik ist vielleicht für einige befremdlich, scheint mir aber, mir, es ist echt superpersönlich jetzt, ihr könnt mich echt widerlegen und ich bitte auch darum, dass ihr mich widerlegt, wenn ihr es höflich macht, einfacher zu vereinen. So, wir haben also eine Dynamik, dieser Kosmos dehnt sich aus. Dieser Kosmos verläuft in einem Kreislauf sozusagen, von der Entstehung bis zum Vergehen. Das ist ein natürlicher Weg, im besten Stoischen Sinne ist das ein natürlicher Weg. Ihr merkt schon, da ist nicht ein Urzustand, den es um jeden Preis zu bewahren gilt, sondern da entsteht etwas und das verändert sich und das wächst und dehnt sich aus und dann vergeht es aber auch wieder. Und das ist ein natürlicher Weg sozusagen, denn der Kosmos ist sozusagen die Urnatur, macht das. Und das erinnert euch ja jetzt vielleicht schon auch so ein bisschen an unseren persönlichen Weg. Auch wir entstehen und verlaufen eine Entwicklung, die aus Stocher Sicht übrigens natürlich auch sich unterscheidet von dem, was man so an ökologistischer Natur da wieder sieht und dann vergehen wir auch wieder. Und das Ganze ist sozusagen extrem natürlich, da ist der Begriff der Natur, kommt da ständig. Und die Stocher unterscheiden jetzt aus dem Kopf gesprochen hauptsächlich so zwei Phasen, nämlich einmal die Geburt selbst, davor, dieser Embryonalzustand war ja da durchaus schon bekannt. Dann kommt die Geburt, wir treten in diese Welt ein, sind aber sehr tierhaft noch. Wir kreisen um uns selbst, wir sichern unseren eigenen Bestand, wir essen, wir versuchen Schutz zu finden und Liebe zu erfahren und wachsen dann so heran. Und dann werden wir irgendwann sozusagen, könnte man mit Ende der Pubertät vielleicht zusammenfassen, werden wir bewusst und werden wir erwachsen. Nennen wir es mal so, wir werden erwachsen. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang für Stoiker. Und in dem Erwachsensein, wenn ich immer von der Tugend rede, die Tugend ist natürlich Natur am Ende des Tages, in Stoicher, nochmal in Stoiche Natur. Wieder die Einswerdung oder immer nähere Hinwendung zu dieser Urtugend, zu dieser Urnatur, zu Gott, zu Zeus, den Göttern, dem Kosmos. Das ist eine Entwicklung, die total natürlich ist. Da läuft nichts falsch aus Stoicher Sicht, sondern wir spiegeln sozusagen im Kleinen das, was der Kosmos über viel größere Zeiträume natürlich von Entstehung bis zum Vergehen im Großen macht. Wir alle vergehen, alle bis auf Zeus sozusagen vergehen, auch die anderen Götter übrigens vergehen. Das ist auch eine interessante Geschichte in Griechenland und Rom. Die sind keineswegs unsterblich, nur der eine. Also auch da haben wir so eine Tendenz, dass antiker Stoizismus einerseits monotheistisch ist und andererseits natürlich Vielgötterglauben ist, wenn man so will. Aber die Natur oder eben Zeus, das kann man an der Stelle, glaube ich, echt synonym verwenden als das eine alles durchdringende Prinzip. Und der Kosmos im Prinzip wie ein großes Lebewesen. Und dieses Lebewesen und diese natürlichen Prinzipien haben verschiedene Manifestationen, die sie annehmen können und haben verschiedene Anteile, in denen Elemente gemischt werden und so weiter und so fort. Das wird dann sehr esoterisch und kompliziert, soll uns hier auch mal nicht kümmern. Aber ihr merkt schon, das ist ein völlig anderer Naturbegriff als der, der uns von den Zeitungsseiten entgegenschallt, sozusagen seit Jahren. Das ist ein ganz anderes Ding. Warum? Und ich finde, es ist, also natürlich bin ich parteiisch, aber ich finde die sturche Naturauffassung wesentlich erwachsener als diese doch sehr kindische, ökologische, die wir heute so überall um die Ohren gehauen bekommen. Das ist für mich sehr infantil. Da ist was und das muss man, das ist so, man hat da wie eine Sandburg am Strand gebaut und jetzt muss man die beschützen und natürlich zerbröselt die aber. Und wenn es anfängt zu regnen, war es das sowieso und dann ist man ganz verzweifelt und so. Da ist eigentlich kein Vergehen und Entstehen so richtig vorgesehen. Ich weiß, die Hardcore-Ökos streiten das ab, aber nochmal, das ist bei denen immer nur, wenn die so ranzoomen. Also in dem Froschteich entwickelt sich natürlich der Frosch von der Gaulquappe und dann wird er vom Vogel gefressen. So, da ist das auch mit drin und auch das würden die als natürlich bezeichnen. Sie haben, glaube ich, in meinen Augen totale Probleme damit, den Menschen in diese Ordnung irgendwie einzufinden. Ich finde, das kann die Sturche-Kosmologie viel besser. Ich finde, der Mensch ist im Sturzismus, in der spirituellen Seite von Sturzismus zumindest, überhaupt nicht so abgetrennt von dem anderen Zeug, wie in dieser modernen westlichen Öko-Religion, nennen wir es jetzt mal, wo ja eine klare Trennung ist. Und das habe ich auch während meinem Studium schon erfahren, das ging mir total auf den Senkel, diese ewige Trennung von Kultur und Natur. So, das sind ja so zwei Begriffe, die kann man gegenüberstellen. Man kommt in totale Schwulitäten dann. Schwulitäten übrigens ein reiniger Ausdruck, heißt Schwierigkeiten. Hat nichts mit Schwul zu tun. Das muss ich jetzt vielleicht mal erklären an der Stelle. Man kommt in extreme Schwierigkeiten, weil, wie gesagt, der Biber, der den Fluss umleitet und dann so ein Tal überschwemmt, da muss man jetzt wirklich rein und raus so um, ganz wild und hektisch, damit man da noch so mit seinem Naturbegriff klarkommt, weil natürlich der Biber da eine Kulturleistung verbringt sozusagen. Der Biber als Kulturtier, dem Menschen nicht unähnlich, der eine Stadt baut, baut er sich da ja auch so eine Art Stadt. Und natürlich verändert er absolut seine Umgebung damit. Und nicht immer zum Guten übrigens. Dann muss man ganz verzweifelt nach irgendwas suchen, wo Biber Überschwemmungen regelmäßig verursachen, die dann vielleicht dazu dienen, dass Reis wächst. Der finde ich jetzt natürlich. So, damit man wieder sagen kann, oh, das ist aber doch natürlich irgendwie. Also man tut sich da extrem schwer und sucht dann immer nach diesem, sie nennen es ja ein dynamisches Gleichgewicht. In Wahrheit ist es aber eine statische Weltsicht dahinter. Ich hoffe, dass ich das echt rüberbringe. Ja, ich zweifle gerade so ein bisschen an mir selbst. Natürlich haben auch die Statiker eine Dynamik im System. Das sage ich jetzt zum dritten Mal, dann sage ich es nicht nochmal. Ich will euch auch nicht endlos langweilen. Aber die ist doch immer sehr klein klein. Und es wird immer versucht, die Natur zu bewahren, wenn man denen sagt, aber dass die Erde dann und dann explodieren wird, ja, was passiert denn dann mit der Philosophie? Kracht die dann völlig zusammen? Dann waren ja alle Bemühungen umsonst sozusagen. Also wenn man jetzt den Regenwald retten will, aber die Erde vergeht, dann kann man sich ja nur, dann zieht man sich da auf so eine Märtyrerposition zurück, oder? Dann hängt man so wie die Hexe am Scheiteraufen oder der Ketzer, wird dann verbrannt. Aber er hat so dieses wohlige Gefühl, dass er eigentlich der Gute ist, oder? Das ist so die Position, auf die man sich so zurückziehen kann. Nicht wirklich eine konstruktive Position, auch nicht wirklich eine wissenschaftlich irgendwie kompatible Position. Finde ich immer, ihr merkt, die stoiche Idee, dass Natur dynamisch ist und die Götter sozusagen dynamisch sind. Sogar die Götter können sterben, bis auf Zeus halt. Der aber dann auch wieder in einem Feuer vergeht oder eins mit der Natur und dem Feuer wird, mit der Seele sozusagen, mit dem Kosmos, der dann ruhend in sich, ruhend seinen eigenen Gedanken nachgeht, bis er den Kosmos wieder neu erschafft sozusagen. Also er bereitet sich nur vor. Es sind Zyklen. Das ist ja, der Zyklusgedanke ist natürlich auch bei Esoterikern sehr verbreitet. Aber das ist ja auch erstmal kein Schlechter. Das ist ja das, was wir beobachten. Schon seit Urzeiten beobachten Menschen das, wenn sie aus ihrer Steinzeithöhle raustreten und das Wetter hat sich geändert. Sie beobachten Zyklen. Sie beobachten Jahreszeiten, Tiere, die geboren werden und wieder sterben. Man sieht also diese Zyklen überall. Deswegen ist es, glaube ich, nicht so falsch, da in Zyklen auch zu denken. Nochmal nicht, dass ihr mich hier falsch versteht. Wenn ich über stoiche Physik rede und Spiritualität, heißt das nicht, dass ich das alles glaube. Ich versuche euch das so halbwegs neutral vorzustellen. Ich erkenne aber sozusagen als Agnostiker, der außerhalb des Spielfeldes steht, erkenne ich doch, dass da ein dynamisches System mit einem statischen sozusagen Fußball spielt. Und dann bin ich doch eigentlich bei dem dynamischen System. Das ist so quasi die Quintessenz, meine persönliche, dieses Podcasts. Lass uns nochmal ein bisschen kleiner werden und nochmal auf den einzelnen Menschen gucken. Der, ja, habe ich ja schon gesagt, der geboren wird, was natürlich ist. Der dann eher tierhaft ist, was auch natürlich ist. Und da käme die moderne Trennung halt zur Kultur quasi, die der Stoiker so nicht macht. Das hängt aber mit anderen stoischen Begriffen zusammen, über die wir reden müssen. Das hängt mit stoischer Logik zusammen, mit Begriffen wie Logos und so weiter und so fort. Der Mensch, der dann heranwächst, der reif wird, erwachsen, haben wir es eben genannt, wird er. Und dieses Erwachsensein ermöglicht ihm jetzt in der stoischen Gedankenwelt, so wie ich sie kenne bislang, eben rational, mit Hilfe von Ratio, sich dieser Natur noch mehr anzunähern, sich noch mehr eins zu werden mit der Natur. Und nochmal nicht mit dieser Natur, nicht die Bäume im Wald, sondern alles ist da Natur im Stoizismus. Eins zu werden mit den Göttern, dem Kosmos Zeus. Und das ganz bewusst, weil er jetzt eben erwachsen ist. Und so müsst ihr auch den Tugendbegriff einordnen so ein bisschen. Wenn ich immer sage, die Tugend als höchstes Gut, meint das halt auch, dass das natürlich ist, das zu tun. Es ist natürlich gut zu sein, sich moralisch einwandfrei zu verhalten, wäre der natürliche Weg. Der andere Weg wäre der unnatürliche Weg. Da gibt es natürlich auch wieder Parallelen zum modernen Begriff von Natur, nämlich man könnte sagen, Umweltzerstörung, für die ich absolut nicht bin. Man könnte auch besser getextet wäre gewesen, ich bin gegen Umweltzerstörung tatsächlich. Das wäre nicht tugendhaft. Also diese Idee des Umweltschutzes ist absolut vereinbar mit Stoizismus. Nicht, dass ihr mich hier falsch versteht. Also für Stoiker ist es möglich, die Umwelt zu schützen. Das ist überhaupt kein Problem. Die Frage ist halt, ist es für Umweltschützer möglich, stoich zu sein? Wahrscheinlich eher nicht. Weil das hieße nämlich dieses statische, pessimistische System, wo es um Schuld und Sühne und Vergebung und all das, was man aus dem Christentum unbewusst wahrscheinlich übernommen hat. Das Christentum wird ja in diesen Szenen doch eher abgelehnt. Also man mag es eigentlich nicht, hat aber fast alles davon übernommen. Finde ich auch sehr schön. Auch typisch menschlich, oder? Wir Menschen machen halt so. So sind wir. So ein Zeug machen wir halt. Der Stoizismus hat natürlich nichts weniger sich zur Aufgabe gemacht, damals schon, die ganze Welt zu erklären. Ja, den ganzen Kosmos zu umfassen. Das ist ein verdammt hoher Anspruch, dem er vielleicht auch in Einzelnen da so nicht ganz gerecht wird. Also die Stoiker, die zum Beispiel dann auch noch im Kosmos dann die Welt als Zentrum lokalisiert haben, das wissen wir natürlich schon lange, dass das nicht der Fall ist. Wir sind nicht der Mittelpunkt des Universums. Die Erde ist nicht der Mittelpunkt des Kosmos. Gegenfrage, sozusagen, ist das schlimm? Ändert das was am sturchen Grundgerüst, an dem philosophischen Grundgerüst? Stürzt das ganze Haus dieser sturchen Philosophie jetzt ein, weil wir diese Position der Erde verrücken, Antwort, nö, spielt nicht so richtig eine Rolle, ist ein Detail. Und ich habe es ja mehrmals gesagt, sag es auch gerne nochmal, Stoizismus ist dynamisch, haben wir eben gelernt. Oder haben wir heute sozusagen nochmal richtig auf der kosmologischen Ebene auch bewiesen. Und da, er ist auch flexibel. Ja, also wenn man das jetzt mal nochmal näher ansummt, also wir gehen jetzt von der Erde hin zum menschlichen Körper. Da war ja in altstuischer Zeit, also bei Zenon, und danach, das Herz, der Sitz der Seele wurde da so verortet. Im Brustraum, ja, da wo auch das Pneuma vielleicht ist. Und das war ja zu Mark Aurels Zeit, Markus Aurels, der beste Kaiser, den wir hier hatten, nicht mehr der Fall. Da haben wir doch schon eher den Kopf so ein bisschen lokalisiert und so. Ändert das aber was? Nein. Das sind Detaildiskussionen, die man dann führen kann. Der eine Stürker schreit den anderen an. Herz, Kopf, Herz, Kopf. Ändert das aber was an dieser Idee der Einheit, der Kosmos als lebendiges Ding, wir als Teil davon, was entsteht und vergeht und der Sinn des Lebens, der im Prinzip darin besteht, diesen natürlichen Weg zu gehen. Ihr wisst ja jetzt, was ich mit natürlichen Weg meine. Oh, jetzt mal tief Luft holen. Das war ein Parfumsritt, oder wie sagt man? Da habe ich mich jetzt ohne jede Notiz, habe ich mich da durchgepowert. In dem Vertrauen drauf, dass ich das alles nicht kontrollieren kann. Gut, oder? Was ich kontrollieren kann, ist so ein bisschen mein Wissen. Aber ob ich das in euren Köpfen auch zusammenkriege in so einem Podcast nur mit Audio, ist eine gute Frage. Ich hoffe, dass ihr zumindest so ein bisschen Neugier jetzt verspürt für diese stoische, kosmologische Weltsicht. Weil nochmal, die kommt ja natürlich bei den meisten modernen Stoikern überhaupt nicht vor. Ich habe mir aber vorgenommen, die hier auch immer mal vorzustellen, immer mal wieder. Vielleicht will der eine oder andere ja mehr. und die ein oder andere und sagt sich, ja, das ist ja alles gut und schön, die Ethik, die Stoiche, verstehe ich so halbwegs. Ja, und ich habe auch so konkrete To-dos. Sieben Arten, wie ich eine bessere Liebhaberin werde durch Stoizismus. Das habe ich draufgeklickt und mir vier Stunden YouTube angeguckt mit 80 Mal Werbung. Jetzt bin ich ja eigentlich eine geile Stolgerin, aber ich habe da noch so eine Lehre irgendwie auf der spirituellen Seite, weil auch das ist kein Wunder, je mehr man sich mit Stoizismus beschäftigt, desto weniger kann man natürlich, ich zumindest finde es schwierig, sich zum Beispiel mit Religion und so weiter noch ernsthaft da auseinandersetzen. Also man kriegt das vielleicht nicht ganz so zusammen. dann will ich nur sagen, es gibt eine von vielen modernen Menschen als befremdlich wahrgenommene Weltsicht, durchaus auch im Stoizismus und die kann man sich ja mal anschauen. Und da kann man, werde ich auch immer mal wieder drüber reden, und da kann man Teile von übernehmen oder eben auch Teile von weglassen. Das ist doch gut, oder? Das finde ich jetzt eigentlich ganz schön. Ich hoffe, du musst jetzt aus dem Kopf überlegen, wir sind jetzt bei Nummer 51, glaube ich schon. Es sollte so kurz vor Weihnachten sein, ich bin echt will. Ich wünsche einfach, aus Vorsicht wünsche ich euch jetzt schon mal irgendwie ein frohes Weihnachtsfest und geile Feiertage, schönes Silvester und wünsche mir, wenn ihr mir ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann unterstützt mich doch auf patreon.com vorwärtsstrich bellberg oder bellberg.locals.com, also locals. Es ist kein Kneipenverzeichnis, ist auch eine Möglichkeit, mich zu unterstützen. Es ist absolut identisch zu Patreon oder buymeacoffee.com. Ja, Kaffee habe ich gesagt, oder Coffee natürlich, buymeacoffee.com, bitteschön. Das findet ihr alles auf www.derwildestuiker.de, gibt es das alles aufgeführt. Ich versuche bis dahin auch nochmal einen Blogpost zu schreiben. Ja, aber kann es nicht versprechen, ich habe gerade auch echt recht viel zu tun. Ich würde mich über Geschenke von euch freuen. Ich werde mir, ich hatte mir überlegt, ob ich Urlaub mache zwei Wochen. Ich werde aber versuchen jetzt voraufzunehmen, dass wir hier, dass ihr quasi nicht auf den Stürker verzichten müsst. Weil ich natürlich weiß, gerade in Corona-Zeiten, nicht jeder fährt da jetzt in Urlaub und kann das auch. Und ich bleibe auch zu Huss, das ist doch vielleicht auch nochmal die Zeit zwischen den Jahren, nochmal eine ganz gute Gelegenheit, nochmal sich mit dem wilden Stürker auch zu beschäftigen und dadurch so ganz easy peasy in Sturzismus weiter reinzukommen. Vielleicht hört ihr auch nochmal einen alten Podcast und so weiter und so fort. Deswegen, ihr müsst nicht darauf verzichten. Ich versuche, ich gebe mein Bestes hier. So, bis nächste Woche. Bis denn dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.